Was? Geht bei euch? Ich hab keine Ahnung, was hier los ist. Hey, Vanni, hey, Vanni. Einfach das ohne Ohr. Anni, bring mal ein Stück Kuchen mit. Anni, hey. Ich hab wieder ein Stück Kuchen. Aber, aber, aber. Chat, wo bin ich hier gelandet? Ich spiel mit Mario Kart. Aber wo bin ich hier gelandet, ey? Ist doch gut jetzt. Ich frag mich nur, wo ich hier gelandet bin. Was krieg ich denn da dran, dass wir flüstern? Oh, lass mal eine Flüsterrunde machen. ASMR-Style, oder wie? Es geht so übrigens auf und sagt, Leute, mal Perla, das ist richtig nervig. Oh mein Gott, Mario kann denn flüstern? Geht das? Sag mir mal Bescheid für mich, hey, die sind mit flüstern. Oh mein Gott. Stell dich vor. Oh mein Gott. Kann man flüstern? Fluchen? Das geht, 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 geht das? Geht das? Warte, sag mal Bescheid, wenn sie fertig sind mit flüstern. Dann krieg ich sie wieder. Hä? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass flüstern im Fluchen geht. Doch, das geht jetzt kann ich dir zeigen. Also wenn sie wieder nicht. Ich guck da jetzt, was hält sie morgen an. Ich geh jetzt jetzt flüstern im Morgen an. Ich geh jetzt jetzt flüstern und reden, das geht dann nicht mehr. Ich hab dich erst mal lauter gemacht, Mörder. Oh Gott. Das ist ein Fehler. Das war ein Fehler. Oh nein. Das ist ein Fehler. Aber ich hab gedacht, du willst flüstern. Flüstern, fluchen. Mörder und flüstern. Wenn ich flüstern will, ich brauche keine Steuern mehr. Deshalb hab ich mich ja gewohnt. Deswegen, hey, Mörder muss anfangen mit Streamen, den würde ich nur Herausforderungen flüstern reinknallen bei Mario Party. Ja, Mann. Ich mach den, aber ich mach aber so eine Herausforderung scheiße nicht. Hallo, Icke. Tschüss, Icke. Du bist der scheiße Roten, Alter. Jede Schürf, das sagt ihr euch. Ich hab dich auch lieb, Icke. Ey, mir wurde mein Geschenk einfach vor der Schnauze weggeschnoppt. Ja, bitte schön. Hallo, Icke. Tschüss, Icke. Ey. Gut. Eva, komm her. Husten. Oh, nee. Oh, fuck. Oh, nö. Ah, jetzt bin ich älter, toll. Oh mein Gott, ich bin siebter. Oh, meiner Welt. Komm schon. Wie? Wir kommen in meiner Welt. Wir kommen in meiner Welt. Normalerweise bin ich immer auf dem letzten Platz. Eva, was soll denn das? Ich war neben dir. Du hast mich einfach weggetrompetet, oder was es ist. Weckebängt. 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 Hä? Was ist das hier? Geh weg. Oh nein. Oh Mann, ich bin von in die Bombe gefahren. Seht ihr, Leute, wie soll das mit Flüsterton funktionieren? Wie soll man denn flüster und flüstern? Das geht nicht. Also das geht. Das kann ich euch gleich zeigen. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ich hab's grad ausprobiert. Das geht wirklich nicht. Ach Mann. Oh mein Gott. Das geht voll auf die Stimmbänder, ey. Versuch mal Flüstern zu fluchen. Wenn ich jetzt flüstern würde, könnte ich morgen nicht mehr reden. Das geht gar nicht. Ich hab's grad kurz ausprobiert. Ach du Scheiße. Wir flüstern mehr auf die Stimmbänder, geht als schreien, tatsächlich. Und jetzt noch mal das reden. Oha, und wie machen die diese ASMR-Leute das? Die flüstern auf die ganze Zeit. Die haben auch Stimmbänder aus Stahl. Ach du meine Güte. Ich hab mir darüber nie Gedanken gemacht, aber jetzt gerade... Oh mein Gott, mörderhaft, das war ich. Ich hab... Guck mal, ich hab... Oh mein Gott. Das kam aber nicht von mir. Ich schwör's dir. Das war das zweite war ich nicht. Ja ja. Ja, das kam von mir selber. Achso. Wo ist die Feuergugeln? Ich hab gerade einen Stück Kot, alter. Da kommen sie wieder alle mit in Google Willis und Stand und weiß nicht was alles in die Ecke, Alter. Ich hab nur ne Pflanze. Ach, das ist doch alles Kot? Ja... Das ist alles Kot. Das geht mit. Ja, schau mal. Das ist alles Nutella, alter. Nutella! Oh mein Gott. Ich bin 7. Alter, ich war schon 1. Mann! Ey, voll gut. Ich bin 6. Oh mein Gott, Leute! Krass! Crazy, crazy, crazy. Das ist doch schon guter Schmutz. Ich hab heute schon meine 2 Goldmedaillen, von daher alles gut. Herzlichen Glückwunsch! Zuckersüßer Canyon. Zuckersüßer Canyon. Nein, nein, nein. Zuckersüßer Canyon! Let's go! Zuckersüßer Canyon! Ganz süß. Jetzt mich nicht! Ich will nicht laufen! Ich bin voll mit Schoki! Alter. Ich liebe diese Szene. Was ist das für eine Szene? Von wo kommt das? Simpsons. Das ist Simpsons. Das ist so ein kleiner, dicker Schweizer. Und der rennt da. Wie, 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 wie? Ich will nicht laufen! Oh mein Gott! Das ist schon süß, oder? Und der ist die ganze Zeit immer nur am Schokolade essen. Das ist so gut. Oh mein Gott, ich ess auch grad im Stream die ganze Zeit nur Schokolade. Ich ess die ganze Zeit an meinem Osterhasen zu vermampfen. Sieht man. Ich hab dann den connections zu dir so schnell erhoben. Ejo! Ejoh, ey o! Ich geh ganz ganz dikker Red Flick. Ach mein Scheiß nicht? Dikker Red Flick, Rather! Ej bin so. Ich weiß doch nicht, dass wir da sind, dass sie am Essen ist. Diese Sendung der Panama ist, ist eigentlich auch das Problem. Ich sag ich, was sie gar nicht an ist. Die Leute was mir so gerne denken, vielen an der Hoasanねぇt, bleuen, Das heißt doch einfach nur, sieht man, weil du bist dicker, oder? Das kann man halt so und so verstehen. Aber wie? Wie kann man es denn? Achso, sieht man im Stream, weil du Schokolade bist, oder sieht man, weil du dicker bist? Achso, ja, aber ich bin ja nicht dick, also alles gut. Das habe ich ja nicht gesagt. Das habe ich ja nicht gesagt. Oh mein Gott. Das ist nur durch Riesenwiderstellung, weil ich gesagt habe, so ganz doofe Red Flag. Red Flag, Red Flag. Was ist für euch eine Red Flag, Leute? Der rote Flag. Schlechter Musikgeschmack. Schlechter Musikgeschmack? Aber was ist dein? Oh. Wenn sie mich in Mario Kart nicht besiegen kann, das ist Red Flag. Echt? Krass. Ja. Warum? Warum? Keine Ahnung, die muss ja etwas besser sein als ich. Was kann ich mit Mario Kart? Okay. Und schlechter Musikgeschmack? Was meinst du damit, Kranzi? So wie man es sagt? Aber was ist, was, 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 was stehst du unter schlechten Musikgeschmack? Vielleicht hast du ja schlechten Musikgeschmack. Haha. Schlager. Schlager? Ja, was stimmt denn mit euch nicht? Bestem, bestem Moke ever. Oh Mann! Oh ho 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 ho. Oh mein Gott, ich bin Sechster. Ich bin wieder Sechster in der Mitte. Oh mein Gott, ich bin wirklich komplett in der Mitte. Yes! Einfach drei, glaube ich aus. Ching, 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 ching. Der ist Mörder auf dem Platz, auf dem er hingehört. Oh ho 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 ho. Warum ist er auf dem Letzten? Ja, ich glaube schon. Zehnter. Wer ist der Letzte? Nein, Elf ist der Letzte, wir sind Elf. Ah, okay. Jetzt muss ich jetzt erstmal gucken, wer gerade. Mörder ist Erster, aber er ist auch gleichzeitlich eine Null. Lernen zählen, Alter, was ist so passiert? Ich muss ja erstmal ein Dings da lassen hier. Was muss denn da? Ein Dings da. Let's go. Blitzschat. Oh, kein Blitzschat. Wie warst du aus, wenn du meine Stoppforkast losst? Schade. Ich habe auch den Start bei Kack. Achso. Oh, Mono. Oha, 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 wo sind wir hier? Da war so eine Bahn. Amsterdam, oder? Krass, die Bahn sah voll krass aus. Da sind alle gekifft hier. Oha. Das ist ja jetzt ja auch bei uns. Das ist ja sogar legal jetzt. Ja. Was haltet ihr davon? Scheiße ist es. Ich hatte mal so gehofft. Ja, bei mir ist es jetzt mega, ich kann nicht mehr lüften. Oh, mein Gott. Ja. Nee, oder? Das ganze Haus voll. Ach, du Scheiße. Geil, der Spiel, ich sag mal wieder driften, fick dich. Alter, ich sag's mal so, ich sag's mal so, ich sag's mal so, ich glaub's nicht, ich hab mein Leben unter Kontrolle. Du bist hier. Ich kann's sagen, also, ich bin mir nicht so sicher, ob wir unser Leben unter Kontrolle haben. Hätt er dich dann ernst gemeint mit dem Leben unter Kontrolle? Ich bin mir nicht sicher. Ach, ihr seid doch doof. Aber manche nehmen das ja auch zu medizinischen Gründen, ne? Also, das ist was ganz anderes. Leute mit Krebs, Parkinson und, ähm, na, wie heißt's? Aber die durften das doch wahrscheinlich auch vorher, ne? Nee, nicht demens. Das ist ein kleines Stück Scheiße. Oh ja. Wenn du, wenn du, wenn du Spastiken hast, doch, ich komm nicht drauf. Ich weiß nicht, wie das... Nein. Äh, nein, nein, wie heißt denn das? Ähm. Ah, krass. Wo du auch stauernd Beleidigungen droppst und so. Ja, ich weiß, Autismus. Tourette. Tourette? Genau, Tourette, die haben doch, die haben doch auch Spastiken und so, und das kann dagegen helfen. Ah, krass, okay. Ach, du meinst die, die, die Leute mir den Tipps, oder was? Ja, ja. Ja. Ah, okay. Oh nein, 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 nicht da hinten driften. Ja, ich hab grad jemanden, der beleidigt mich manchmal in meinen, in meinen Insta-DMs. Aber der hat sich schon vor Ort entschuldigt. Aber es ist irgendwie trotzdem... Der ist doch eigentlich voll lieb. Der ist eigentlich voll lieb, Leute, aber der beleidigt mich manchmal. Der beleidigt mich manchmal, Leute. Aber der meinte es eigentlich gar nicht böse. Er hat sich auch schon entschuldigt und hat gemeint, dass er Krankheit hat. Aber ich weiß nicht. Aber das hat man nur sprachlich, ne? Also solche Tics hat man nicht im Schreiben. Dann, dann, dann lügt er mich an. Und woher weißt du das? Na ja. Und dann, dann lügt er mich an. Und dann, dann lügt er mich an. Und dann, dann lügt er mich an. Und dann, dann lügt er mich an.